Das Leben ist heutzutage sehr hektisch. Es gibt zu viele Menschen und jeder will, was der andere hat. Sajan, das ist Jake. Er übernimmt Ihre Arbeit, wenn Sie uns nächsten Monat verlassen. Sehr erfreut Sie, kennenzulernen, Sir. Antti, die Lunchbox ist zurück. Sie ist leer. Ganz leer? Ja. Wie hat das Essen geschmeckt? Äh, dein Blumenkohl war sehr gut. Antti, die Lunchbox ist bei jemand anders gelandet. Ach ja? Danke, dass Sie gestern alles aufgegessen haben. Für eine gewisse Zeit dachte ich, Liebe könnte wirklich durch den Magen gehen. Doch als mein Mann spät nach Hause kam, sagte er kein Wort. Warum bekommen Sie nicht noch ein Kind? In der Ehe tut manchmal ein weiteres Kind gut. Sie sehen zehn Jahre jünger aus. Mein Mann hat eine Affäre. Liebe Ila, es ist nie so schlimm, wie es scheint. Ich denke, es ist Zeit, dass wir uns treffen. Meine Mutter pflegte immer zu sagen, manchmal fährt der falsche Zug zum richtigen Ort. Die werden sich schneller ein Limm als wir. Du bist wahnsinnig. Danke. Reden wir über die Beschwerden, die es über...